Also, 13 Sitzreihen mit jeweils 27 Plätzen habe ich hier vorliegen und zusätzlich 8 Zuschauer, die stehen mussten. Dafür soll ich ein Term aufstellen. Also habe ich 13 Sitzreihen mal 27 Plätze plus 8, die stehen mussten. Das ist bereits der ganze Term. 13 mal 27 muss ich nicht einklammern, weil bereits Punkt vor Strich gilt. Wenn mir jetzt 13 mal 27 zu kompliziert ist, mache ich eine Nebenrechnung und rechne 13 mal 27 einfach schriftlich aus. So, das heißt, 2 mal 3 ist 6, 2 mal 1 ist 2, 7 mal 3 ist 21, die 2 merke ich mir und 7 mal 1 ist 7 plus die 2 sind 9. Das zusammengerechnet, dann komme ich auf 1 und 6 plus 9 sind 15, eingemerkt 2 plus 1 sind 3. Also, 351 als Zwischenergebnis. Das heißt, ich komme hier auf 351 plus 8 und 351 plus 8, das ist gleich 359. Fertig. Mehr war das nicht. Ich könnte jetzt noch einen Antwortsatz schreiben und sagen, 359 Zuschauer waren anwesend. Fertig.